Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Final Fantasy VIII mit Master Chief 89 von Ape Supremacy Entertainment. Und in der letzten Folge habe ich euch mal kurz das coole Kartengame vorgespielt, was Final Fantasy VIII hat. Und des Weiteren auch den kleinen Ausschnitt aus der Map, den wir schon begehen können, gezeigt. Und jetzt sind wir auf dem Weg, uns im Endeffekt die Uniform anzuziehen für den nächsten Teil der Story. Der Seed von heute braucht keine Kondition, sondern ein Köpfchen. Geil. Ich muss jetzt nur mal gerade gucken, wo ist denn Bücherei? Ich soll jetzt zu meinem, zu meinen Gemäschern, zu meinen Gemäschern aufbrechen. Übungshalle, ja da wollen wir jetzt so nicht hin. Da gibt es nämlich auch den Mega Gegner, den ich in der letzten Folge erwähnt habe. Wir müssen zu unseren Gemäschern und die Uniform. Parkplatz. Nun. Ähm, wo ist denn diese verdammte, äh, Quartiere? So, da wollen wir hin. Da kriegen wir unsere Uniform und dann geht's ab. Wie viele wohl die Seed-Prüfungen heute Abend bestehen? Theoretische Prüfung? Muss man hier eine theoretische Prüfung auch noch ablegen? Ich weiß das gar nicht mehr. Verrückt. So. Das ist sowas von das Stark-Wappen. Jetzt mal ohne Spaß, ey. Die Uniform. Okay, umziehen. Ich denke mal, wir sind ready. Na, das sollte kein Problem sein. So. Strahlender Held. So. Ich bin, ich bin ja halt wirklich bei so Spielen. Physisch nicht dazu in der Lage, an einem Save-Point vorbeizugehen, ohne zu speichern. Ich kann das einfach nicht. Ja, aber dann dürfte es jetzt auch relativ zügig, soweit ich weiß, in der Eingangshalle wartet, Quistus, hat sie gesagt, gell? Was mir gerade mal so auffällt, also ich bin hier jetzt nicht geheilt worden. Geht das nur über Zauber und Gedöns? Crazy. So, Quistus brauche ich nicht zu heilen. G-Returner, genau. Das ist wie, äh, Phönix-Feder für... Ja, das sind die Jungs nochmal. Phönix-Feder für GFs. Guardian Forces. Was ich eigentlich echt cool finde. Bei Final Fantasy VI ist das ja auch so, dass man an seine Charaktere diese Espers binden kann. Und die bringen einem Zauber letztlich bei. Squall! Squall! Und dass er daraus halt mehr oder weniger das gesamte System von Final Fantasy VIII gemacht hat, ist ziemlich cool. Hier ist die Zusammenstellung für den Testansatz. Du bist zusammen mit... Xel Dinscht. Das ist der etwas lebhafte Typ. Der nervt nur herum. Können wir die Zusammenstellung ändern? Das geht nicht. Xel! Xel Dinscht! So, Introduction-CGI-Scene. Da ist er. Ja, Mann! Unnötiger Flick-Flack! Yo! Sind wir zusammen? Er ist halt der Walker. Beziehungsweise der Barrett. Beziehungsweise der Steiner. Jedes Final Fantasy-Game hat einen von denen. Ja, komm, ist gut. Das ist wie Saben. Ja, nee, das wollen wir gar nicht. Das... Okay, das muss sich tatsächlich ändern. Weil... Die will ich manuell eingeben. Haha. Er will Fistbump machen. Du scheinst ja mit Cypher nicht auszukommen. Heute früh hast du dich mit ihm gestritten und abgelost, oder? Arschloch. Das war kein Streit. Wir haben trainiert. Das glaubst nur du. Cypher will dich doch nur ärgern. Du darfst dich nicht provozieren lassen. Was geht dich das an? Hört mal. Der Cypher. Er ist euer Truppenführer. Truppenführer? Äh? Keine Änderung möglich. Cypher. Bist du hier, Cypher? Da ist er. Und er hat noch nicht mal die Uniform an. Guckt ihn euch an. Ohne er hat zwei Lappen dabei. Seine Cheerleader. Die Leibgarde. Fujin und Raijin. Der komplette Ordnungsdienst. Du bist der Truppenführer. Viel Glück. Quistis Treep. Ich mag es nicht, wenn man mir viel Glück wünscht. Glück brauchen nur Leute, die nichts taugen. Beingand Поэтому Verstehe Viel Glück, Cypher BÄM Da hat Christus ihm mal in die Fresse gehauen Setzt Christus auf die Liste Alter, er hat ne Liste Er hat ne Liste Hör da rauf Okay, Leute Ihr seid der Petro Ich bin der zuständige Ausbilder Achtet auf Teamwork und zieht die Prüfung erfolgreich durch. Teamwork bedeutet, dass ihr mir nicht in die Quere kommt. Das ist die Regel Nummer 1 des B-Trupps. Vergesst das nicht, klar? Sind alle beisammen? Direktor Sid. Das Theme hier ist auch ziemlich cool. Finde ich zumindest mal. Schön, Sie zu sehen. Ich bin Direktor Sid. An dieser Prüfung nehmen 12 Personenteile aufgegliedert in Trupps A bis D. Der Ort, wohin sie sich nun begeben, ist ein reales Schlachtfeld. Die Kämpfe sind ebenso real. Das ist halt total crazy. Das ist eine Prüfung. Eine Welt, wo Leben und Tod, Säge und Niederlage, Ruhm und Schmach dicht beieinander liegen. Das alles wird sie begleiten. Eine Welt, die sie bisher noch nicht erlebt haben dürften. Nun, empfindet jemand Furcht? Es werden 9 reguläre Säds teilnehmen. Auch wenn sie nicht überleben sollten, werden die Säds die Mission erfüllen. Diesbezüglich brauchen sie sich also keine Sorgen zu machen. Die Spezialeinheit Säds, der Stolz des Balamb Garden. Lernen Sie von ihnen und befolgen Sie deren Befehle. Bestehen Sie die Prüfung. Sie müssen uns davon überzeugen, dass Sie als Säds geeignet sind. Das ist gar nicht, was ich die ganze Zeit mit Samen will. Es wird langsam Zeit. Wir sind die Samen des Krieges. Wobei die Sequenz, die jetzt halt gleich anfängt, sehr, sehr geil ist. Da gibt es mal gar nichts. So. Kann ich mit den Ochsen reden? Abmarsch! Okay. Die Säds haben noch keinen Gunblade-Kämpfer. Deshalb möchte ich unbedingt, dass sie in den Reihen der Säds aufgenommen werden. Oh! Ich werde bevorzugt. Seht ihr es? Unfair für die anderen. So. So. Auto fahren. Cypher nimmt den Rücksitz und ich darf fahren. Ich bin sein Chauffeur. Oh Gott. Der Sound-Effekt ist mega schlecht von den quietschenden Reifen. Hey Squall, zeig mir deine Gunblade. Komm, nur einmal. So. Und hier seht ihr halt, warum manche Leute finden, dass Squall ein bisschen uncool ist. Bitte, bitte, bitte. Okay, okay. Ich hab verstanden. Du bist eine pingelige Sau. Genau das bist du. Hey, sag doch etwas. Was denkst du dir überhaupt? Nichts. Ja, es ist halt, es ist halt gar nichts in dem gesamten Spiel. Ein bisschen Übung. Nerf hier nicht rum. Hasenfuß. Was hast du gesagt? Mein Gott. Wir bestehen bestimmt. Es reicht jetzt. Ihr habt halt auch eine Schulmädchenuniform an. Das ist total crazy. Quistus. Es redet. Wer war das Mädchen auf der Krankenstation? War da jemand? Mir ist niemand aufgefallen. Ist irgendetwas passiert? Nein, nichts. Grandios. Mein Team besteht aus einem Hasenfuß und einem Gigolo. Ja, Seifer hat recht. Dun, 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 dun. So, vorwärts auf Kasten. Was halt eine Tatsache ist, das World Theme von Final Fantasy 7 ist deutlich besser wie hier das. Deutlich besser. ganz zu schweigen von dem World Theme von Final Fantasy 6, was einfach nur das grandioseste Theme überhaupt ist. mein, ja, mal ganz ehrlich, Terror Theme, gibt's irgendwas, gibt's ein geileres Gaming-Soundtrack-Lied überhaupt als Terror Theme? Nein, gibt's nicht. Terror Theme ist perfekt. Nee, das ist mir ein bisschen zu kaum. Also da fehlt so dieses Gefühl von Abenteuer, Explorin. Das ist das Schiff. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Hast du etwas Schiss? Ihr seid die Letzten. Steigt ein. Tempo. Enttäusch mich nicht. Beilung, Beilung. 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 Ja, ernsthaft mal, Beilung. Beilung. Ja. Wer bist du denn? Wo willst du hin? Ich will mit dir reden. Ich wollte nur mit dir reden, Alter. Einsteigen. Tempo. Oh, Jungs. Ihr seid also der Beettruck. Die Ausbildung ist zu jung. Gar nicht. Gar nicht. Der will dir an die Wäsche. Das wird sofort klar. Hi, Quistis. Das hier ist der Beettruck. Hallo. Hat der gerade Spock gemacht? Das wievielte Mal, Cypher? Ich mag halt Prüfungen. Erläuterung der Lage und die Missionsbeschreibung. Setzt euch. Der Auftraggeber ist das Dollet-Parlament. Der Auftrag wurde vor 18 Stunden an die Seeds weitergeleitet. Dollet wird seit 72 Stunden von den Galbadianern angegriffen. 49 Stunden später hat Dollet die Innenstadt aufgegeben. Zur Zeit befinden sie sich in den Bergen und reorganisieren ihre Truppen. Soviel zur aktuellen Lage. Jetzt kommt die genaue Missionsbeschreibung. Die Galbadianer planen jetzt die komplette Beseitigung der Dolletschen Restverbände. Du lieber Gott. Galbadianer sind übrigens auch ein Garten. Wir werden am Luptan-Strand anlegen. Wir beseitigen die Galbadianer Oh Gott, was ein Wort. Und befreien die Innenstadt. Wir, die Seeds, werden uns in der Zeit auf eine feindliche Gegenoffensive vorbereiten. Erfolg. D-Day. D-Day, Baby. Und was müssen wir machen? Die Seed-Anmärter sollen den Stadtbereich säubern. Eine wichtige Aufgabe. Langweilig. Wir müssen also den Müll beseitigen. Ach ja, das versteht sich zwar von selbst, aber ein Rückzugsbefehl hat höchste Priorität. Vergesst das nicht. Wir werden bald anlegen. Gleich nach der Landung beginnt der Kampf. Bereitet euch gut vor. Das war's. Wendet euch ein Quiz ist, wenn ihr noch Fragen habt. Ich hab keine Fragen. Ich will loslegen. Hört mir gut zu. Wir sollen in Dolit die Galbadianer hier mitzeln. Befolge einfach meine Befehle. Das ist alles. Hurensohn, ey. Ohne Scheiß. Der erste Einsatz. Aufregend. Mach ja nicht in die Hose. Hä? Ich hör wohl schlecht. Hä, hä, hä. Scheißkerl. Okay, genug geredet. Wir sind gleich da. Macht euch bereit. Verstanden. Verstanden. Ja, ja. Ja, ja. So, Swall. Schau nach, was draußen abgeht. Nein. Haha, nein. Das war ein Befehl. Geh jetzt raus, Squall. Verstanden. Ähm. Wo geht's denn hier raus? Ah. Rechts. Rechts geht's raus. Ich glaube, jetzt kommt, jetzt kommt, glaube ich, auch wieder eine geile Shinji-Eye-Sequenz. Oder zumindest mal bald kommt sie. Sie kommt direkt. Ja. D-Day, Alter. Aber sowas von. So crazy. Und das ist halt für damalige Verhältnisse echt crazy. CGI direkt übergegangen. Der B-Trupp ist für den Marktplatz zuständig. Vor allem kam Solid ja checken, ob die IGF gekoppelt sind. Wir gehen. So, koppeln. Koppeln. Äh, schisch. War das bei Truppe? Austausch, genau. Excel und Quistals. So, dann schaue ich jetzt mal nochmal grad ganz schnell. Lernen. Na gut, die hat das jetzt fast. Also von daher. Erinnern wir das jetzt auch nicht mehr. HP-Kopplung. Und bei Quetzal machen wir Körperkoppelung. So, und Cypher bekommt einfach gar nichts. Los geht's! Äh, wo geht's hier raus? Haha. Geil. Oh, Selfie. Keine Feinde zu sehen! Das ist das Mädel, was wir, ähm... ...herumgeführt hatten. So, ich speichere nochmal ganz schnell. Aber das ist halt echt eine saukrasse Sache für, äh, Playstation 1 Zeit. Dass aus der CGI-Sequenz direkter, flüssiger Übergang in die, in das normale Game ist. Das ist halt echt krass. So, Hasenfuß. Erstmal 10. Gigolo. Äh, au, Eis. Geil, oh. Lagern. Hasenfuß und Gigolo werden ziehen und Cypher-Duff zuhauen. Weiß gar nicht mehr, kann man bei dem auch die Gunblade auslösen? Das weiß ich nicht. Wow! Blödsinn. Nicht GF. Draw. Ja, ich sollte Vita noch ein bisschen lagern. Danach kann Truppführer hier ein bisschen schlachten. Ja, ich bin mir ziemlich sicher sogar, dass der das machen kann. Ja, ich guck mal. Ja, der hat so einen komischen Iris-Applitzer, schlägt zu schnell zu. Bei dem ist das schwierig, glaube ich, zu timen. Ja. Ja, Gunblade geht bei ihm halt auch. So, Draw. Blitz. Oh, Gigolo, da wäre aber mehr drin gewesen. So. Oh, Level A. Hey, die Musik ist auch gerade, finde ich, ziemlich cool. Ein Hinterhalt. Oh, nein. Die Spezialeinheit, Seid. Ja, den kannst du kloppen. Ist mir egal. Kannst du machen, was du willst mit dem. So. Nein, das ist eigentlich Käse. Er soll lieber noch ein bisschen Vita. Das sind doch noch Kinder. Oh, jetzt wird es aber sozialkritisch hier. Ne. Ich bleibe dabei, Vita zu lagern. Äh, ihn. Und er sollte Feuer. Weil das einfach schon gekoppelt ist. Ich glaube, man braucht nämlich eine bestimmte Anzahl, dass das Koppeln auch tatsächlich Wirkung zeigt. Oh, verdammt. Gunblade nicht ausgelöst. Schock. So, noch ein bisschen Blitz. 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 Doch, wieder vorbei. Von wegen. Elite-Kämpfer. Ja, bei diesem komischen Zwischenschritt. Oder Zwischenstopp, den er macht. Da muss man es drücken. Oh, ganz ehrlich, ich bin gerade so excited, Final Fantasy VIII zu spielen. Ey, das glaubt ihr gar nicht. Final Fantasy VIII ist einfach cool. Ja, weiter zum nächsten Areal. Vielleicht sind wir am Marktplatz. Hey, egal, baldianischen Feiglinge. Was versteckt ihr euch denn? Langweilt mich nicht. Der tickt doch nicht richtig. Ja, allerdings. Cypher hat halt null Interesse an der Mission. Der will einfach nur schlachten, der Typ. Aber ich mag Cypher. Ich finde, Cypher ist ein ganz cooler Charakter eigentlich. Ich weiß nicht. So. Crap. Das darf der auch noch zuerst zuhören. So, Vita, bitte. Und. Ja, schon mal. Und noch ein bisschen Eis. Ja, ab auf Cypher drauf, bitte. Wie Arschloch, der allein seine Gunblade hält, im Vergleich zu Squall. Squall hat halt so eine Haltung wie ein Samurai oder ein Ritter oder irgendwie sowas. Er ist mit einer Hand so saucool. Er ist auch ein Hurensohn. Ich glaube, hier sind noch Feinde. Dann geht mal die Umgebung checken. Was machst du, Spasti? So. Ich gucke jetzt nochmal mit Koppeln und so weiter. Da sind wir auch schon praktisch am Ende der Folge angekommen. Sauber. Gibt es irgendwas? So, wenn ich wieder koppel, dann geht Geist schon mal hoch bei ihm. Das ist schon mal gut. Okay, da geht nichts. Ah, Elementkopplung. Das muss erst noch ausgebildet werden. Richtig. So, wie sieht es bei Squall aus? Gibt es hier irgendwas, was ich machen kann, was mich verbessert? Blitz. Blitz würde mich hier verbessern. Okay, dann müssen wir Blitz wohl wegmachen. Wir machen da Eisen. Wir haben wenigstens ein bisschen was hier. Okay, Feuer ist besser. So, Blitz hier. So. Wie gesagt, das war es dann auch mal wieder mit Folge 3 von Final Fantasy 8. Wir sehen uns dann morgen wieder mit der nächsten Folge. Bye, bye. 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 Vielen Dank.